Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs verarbeiten. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Verarbeitet. Verarbeitete. Hat verarbeitet. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich verarbeite. Du verarbeitest. Er verarbeitet. Wir verarbeiten. Ihr verarbeitet. Sie verarbeiten. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich verarbeitete. Du verarbeitetest. Er verarbeitete. Wir verarbeiteten. Ihr verarbeitetet. Sie verarbeiteten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe verarbeitet. Du hast verarbeitet. Du hast verarbeitet. Er hat verarbeitet. Wir haben verarbeitet. Ihr habt verarbeitet. Ihr habt verarbeitet. Sie haben verarbeitet. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich verarbeite. Du verarbeitest. Er verarbeite. Er verarbeitete. Wir verarbeiteten. Wir verarbeiteten. Ihr verarbeitetet. Sie verarbeiteten. Den Schluss macht der Imperativ. Verarbeite du. Verarbeiten wir. Verarbeitet ihr. Verarbeiten sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb verarbeiten. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020